Was möchte sie dann? Die Scheidung. Sie will einen Scheidebrief. Den Gett. Wollen Sie in die Scheidung Ihrer Frau einwilligen? Nein, euer Ehren. An jedem zivilisierten Ort ist es üblich, dass man bei einer Vorladung vom Gericht auch erscheinen muss. Meine Mandantin hat auch Anspruch auf Gerechtigkeit und Respekt. Ergreifen Sie Maßnahmen gegen den Ehemann. Das Gesetz ist ohnehin auf seiner Seite. Er hat das Recht, einen Scheidebrief zu geben oder keinen. Wir haben ihn vorgeladen. Immer wieder vorgeladen. Was können wir denn noch tun? Alles, was in Ihrer Macht steht, damit er hier erscheint. Haben Sie jetzt Ihre Meinung geändert und stellen Sie Ihrer Frau den Scheidebrief aus? Nein, euer Ehren. Sie sind nicht bereit, ihr den Scheidebrief auszustellen? Nein, euer Ehren. Und deswegen sind Sie hergekommen, um Nein zu sagen? Ja. Kein Gericht dieser Welt kann diese Frau zwingen, mit diesem Mann zusammenzuleben. Hören Sie das denn nicht? Sie will nicht mit Ihnen zusammenleben. Was willst du? Was willst du? Wie ist es? Untertitelung des ZDF, 2020